Aber nicht nur den Sportlern stößt Rogans Tiefschlagbitte auf, auch der restlichen Prominenz geht seine Aussage gegen den Strich. Ich halte diesen Typen nicht aus, hab den noch nie gemacht. Warum der so daneben steht und so idiotische Meldungen schiebt, er bezeichnet sich selber als intelligenter, aber als intelligenter Mensch macht man solche Aussagen nicht. Das ist so ein volltotter, ein unsympathischer Arroganzler, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der den mag. Jetzt die Aussagen auch noch über den Meier und einfach nur dumm. Da denkst du ja bitte, Alter, was ist mit dir? Hat der wirklich irgendwie einen Gehirnschaden vom Chlor schlucken oder von den Chlordämpfen? Ich weiß nicht.